Es ist vollbracht, Eure Majestät. Ja, na endlich. Seit drei Monaten hocke ich auf diesem Gaul. Und es will hoffen, es hat sich gelohnt. Was soll das sein? Was das sein soll? Ja. Das ist Eure Pferd, Majestät. Aber es hat so lange, weiße Schlappohren. Ist auch ein Vollblüter. Und so'n kleinen weißen Puschelschwanz. Sehr realistisch, nicht wahr? Aber das ist ein Kaninchen. Du hast den mächtigsten König der Welt gemalt, wie er auf einem riesigen Karnickel sitzt. Nein, 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 das ist ein Pferd. Obwohl, ich muss zugeben, dass es mir etwas schwerfällt, nach Gedächtnis zu malen. Ja, nichtsdestotrotz ist das ein Karnickel. Ah, wie steht's mit dem Porträt? Gut, dass du kommst. Du kannst uns mit Sicherheit helfen. Na, fällt dir irgendetwas auf an dem Gemälde? Mhm. Nein, für mich sieht es perfekt aus. Nichts Außergewöhnliches an dem Bild, hä? Oh ja, er hat dich gemalt, als du das Visier runter hattest. Ich war das doch jetzt nicht so ... Er hat was? Tatsächlich, man kann mein Gesicht nicht sehen. Aber das Pferd ist perfekt, nicht wahr? Ist das Kopfsalat, was das Pferd da ist? Jetzt vergiss mal das Pferd. Erinnert mich irgendwie an ein Kaninchen? Das ist ein Kaninchen. Nein, nein, das Pferd ist ein Pferd. Ganz sicher. Jetzt aber Schluss mal hier. Ich will nichts mehr über das Pferd wissen. Du willst Porträtmaler sein und malst mich mit heruntergelassenem Visier? Was soll das? Na ja, ich muss zugeben, Gesichter sind nicht gerade meine Stärke. Du bist Porträtmaler. Da sollten Gesichter schon deine Stärke sein. Und, wie steht es um das Porträt? Ach Gott, ein hübsches Känguru. Das ist ein Kaninchen. Ich meine auch das, was auf dem Kaninchen sitzt. Das bin ich. Ach, und wer ist das Kaninchen? Das ist ein Pferd. Wo ist das Pferd? Das Kaninchen ist das Pferd. Jetzt habe ich aber genug. Ich gehe jetzt wieder darüber und du überpinselst dieses Kaninchen und malst mein Gesicht da rein. Ist das klar? Ich will jedes Detail sehen. Ah ja, ihr wollt also, dass ich euer fettes Mutgesicht da reinmale mit den strähnigen Haaren, ja? Aber diesen krummen Beinen ist es das, was ihr wollt. Euer Wunsch ist mir Befehl. Juno, ich finde, das Kaninchen sieht einem Pferd doch schon sehr ähnlich, oder?